Wird Ihnen präsentiert von Dein Messestand. Angebote für Messebau. Wir stehen hier vor der Global Cap. Das ist eine Aluminiumkabine. Wir von Fützmeißern sind bekannt dafür, dass wir Aluminiumprodukte herstellen. Und die Idee hinter dieser Kabine ist, dass wir diese Kabine auf verschiedenen Maschinen anwenden können. Und zwar sprechen wir da besonders Kunden an, die möglichst wenig investieren wollen, weil wir bei dieser Kabine bereits investiert haben in Werkzeuge. Und zwar in Aluminiumwerkzeuge und in die Glaswerkzeuge. Diese Kabine hat verschiedene Optionen, unter anderem hier diese Schiebetüre aus Aluminium. Und das Besondere bei der Kabine ist, dass man in demselben Ausschnitt, also in demselben Seitenrahmen, entweder die Schiebetüre einsetzen kann oder eine standardmäßige Klapptüre. Des Weiteren haben wir hier auch ein Frontschiebefenster eingebaut, dass man quasi nach oben schieben kann mit einem Schwung und wieder schließen kann. Und auch weitere Optionen, wie hier zum Beispiel die Scheinwerfer, können beliebig vom Kunden angepasst werden. Was wir auch noch unseren Kunden bieten, ist, dass diese Kabine in Länge und in Breite variabel ist, weil er nicht jede Kabine auf eine Maschine automatisch passt.